Willkommen zu einem neuen Video und heute reagieren wir auf den neuen Song von Edo Zaya mit Absent. Von dem habe ich schon sehr, sehr lange nichts mehr gehört. Ich muss auch sagen, ich habe ihn früher auch sehr gefeiert, aber dann irgendwann, weiß ich nicht, haben mir die Sachen nicht mehr so gefallen, die von ihm rauskamen, dann habe ich ihn auch nicht mehr verfolgt. Jetzt haben Edo Zaya und Absent zusammen einen Song rausgebracht, Lana Del Rey. Ist ja auch eine bekannte Sängerin, so ist der Titel, Tom's Song. Ja, und die Kombi gab es, glaube ich, noch nie zusammen. Es gab Lelano und Absent, das gab es schon, aber die beiden noch nicht, glaube ich. Wir hören uns das Ganze jetzt mal an mit Musikvideo. Ja, ich bin gespannt, let's go. Der Beat knallt schön rein und das gefällt mir, ja. Geil, wie KDM Shade. Das ist eine coole, coole Line, wirklich. Das mag ich an ihm sehr, wenn er dieses Raue macht, mit der rauen Stimme so kratzig, bisschen geschrien mäßig. Das feiere ich am meisten bei ihm, ne. Ich finde den Song bis jetzt echt cool, geht schön nach vorne. Ich hatte nämlich leider schon befürchtet, dass das so ein, äh, ja, Song wird, den ich jetzt nicht so feiere von der Richtung. Das ist halt so ein langsamer, übeltrauriger Song wird, aber gar nicht. Geht ordentlich nach vorne, knalliger Beat, ne. So muss es sein. Boah. Boah. Also ja, der Text ist auch schon sehr traurig und ernst und so, aber es geht halt ordentlich nach vorne mit einem coolen Beat und das, das feiere ich einfach, ja, sehr. Boah. Ey. Ey, du sahst ja mit New Rocks einen auf Cemetery oder was? Ey, New Rocks auch so coole Schuhe, ne. Habe auch ein paar. Absolut krass, ne. Also, wer die Schuhe schon mal getragen hat oder die, äh, ja, selber besitzt, ne. Der weiß, wie cool diese Schuhe sind und einfach, wie gut man darin läuft, ne. Wirklich sehr coole Schuhe. Ich glaube, ich baue's im Allback. I'm sorry, baby. Du bist nicht die letzte im Deck. Du und nichts in keinem Vergleich. Ganz anderes Geld. Ganz anderes Geld. 15.000 im Hotel. Das ist ganz anderes Schuhe. Ganz anderes Du. Zu einem ganz anderen Held. Ich seh, was jemand aus der Ferne. Ich bleib mal allein auf mein W.A. Ey, das ist wirklich nochmal ein deutscher Song, ne. Der mich nochmal sehr abgeholt hat, ne. Weil sonst war meistens so, bei den deutschen Songs, die so die letzten Wochen, Monate rauskamen, die habe ich dann Pamba gehört, ne. War dann doch nicht so krass, aber ich glaube, den hier werde ich sehr oft hören. Ohne Scheiß, der gefällt mir wirklich sehr gut, ne. Cool, cool, cool. Wirklich. Ah, 21.06. kommt dann das Album raus, oder was? Ah, cool, cool, cool. Ja, krass, ne. Ey, cooler Song. Auf jeden Fall safe, 100%. Richtig cool, ne. Auch Video, ganz cool gemacht, ja. Ich fand's, mir hat's sehr gut gefallen. Hat man wahrscheinlich gemerkt, ne. Wie hat's dir gefallen, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da. Abo dir nicht vergessen. Checkt die Videobeschreibung ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal und haut rein.